Herzlich Willkommen Leute zu ner neuen Session GDA5. Apropos wo ist heute Nils? Anne, Julie, Gabuze, Kunamaru, Payne, Alex, Eisen und Flonken sind mit dabei. Hallo. Wo ist denn Nils? Keine Ahnung. Hatte ich auch den Recht, dass du ihn noch besagt bist Donnerstag? Der war zu gut letztes Mal. Das bezweifle ich. Oh, es ist langsam. Hey, das ging ab. Du musst halt Gas geben. Dann hat die ein Erster anfangen. Ja, lass mal ne Delle reinfahren. Was ist denn ich? Ach Alex, du steckert wieder hier bei mir. Wir fahren die Dellen ins Auto. Das war Julie. Das ist die Kerle, Alex. Wer war der Picke da hinten? Oh, Alex, Alex. Alter. Was ist da denn passiert? Danke. Dann fährt er mich rauf. Ja, ich kam nicht mehr zur Seite. Hier, Alex. Wow. Ich seh nix. Wir müssen nach rechts. Wieso hat einem sich den rausgehauen? Bombsprung rechts. Ihr habt ihn den rausgehauen. Ach, das ist die Map. Ach, das ist diese komische Map. Oh, was ein Drift. Kohle Map irgendwie. Kohle, Kohle, Kohle. Boah. Natur, Kohle, 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 Kohle. Boah, wie schlecht. Natur, Kohle. Was? Kennt ihr das Spiel? Der hat Angst um einen schwarzen Mann. Das ist gar nicht so rassistisch. Man hat damit früher nicht das Offensichtliche gemeint. Sondern man hat damit früher den Köhler gemeint. Ja, den Mann mit der. Der war richtig cool, ne? Was musstest du nicht, Items? Ne, ich hab das erst im Nachhinein irgendwann erfahren. In der Dokumentation. Nein, Mann. Mein Stamm wird perfekt gewesen. Der schwarze Mann ist ein Koksa. Das wird immer rassistischer. Ich dachte, weil er in den Schatten steht. Ne, ne. Ne, ne. Warte. Läuft. Rettest du dich schon wieder? Komm mal wieder raus. Wir sind gerade in der Highspeed-Kurve. Und hier ist gar kein Highspeed. Ich nicht mehr. Maru, los, speed it down. Kann ich nicht. Ist das gespollt? Ist das ein Volk? Ist das ein Volk? Ist das ein Volk? Ist das ein Volk? Ist das richtig? Hä, wo sind auf einmal alle? Danke, Juli. Warte, bist du nicht da nur rausgeflogen? Nein. Aber ich bin jetzt auf einmal Vierter. Oh nein, ich bin schon wieder ganz hin. Weil wir hinter den Autos sind auch noch einer. Was ist jetzt los? Unsere Autos sind raus. Ja, musste man da jetzt rechts oder links fahren. Ja, du musstest auf der Straße bleiben. Ja, nicht. Also, wenn wir nach rechts runter springen, wären wir auch problemlos gegangen. Das ist verwirrte Katze. Hallo? Krass, ey. Hier ist richtig Action hier unten. Ich glaube, das ist auch raus. Ne, der ist dritte. Ja, warte. Wird's besser? Wie sieht man sich denn Windschutz? Nein. Was? Nein, ich hat's... Nee, der ist reingesteckt. Wir hören dich besser. Sehr gut. Ist das so besser? Neee. Ach du Scheiße. Kommt die nicht hoch. Ich lauf. Ich lauf. Erstmal in den Tod fahren. Das ist ja genau. Was war das denn? Wie reicht, um euch da hochzubringen und jetzt bin ich auch wieder da? Nee, nee. Das krieg ich nicht gut hin hier. Boah, ist das krass, das Rennen. Das ist die Strecke. Der Strecke ist cool, aber die müssen halt mit geilen Autos fahren. Ja, gell? Retro. Ey. Warte, warte. Ich komm doch wieder nicht an hier. Gut, gut. Von dran, das Rennen ist jetzt gleich vorbei, ne? Wie konnte ich 50 km? Und? Und dann haben wir raus. Obwohl ich rauskam, also... Ähm, weil ich auf die falsche Fahrbahn gefahren bin. Oh. Und ich hab die Speed-Core ohne Speed genommen. Alter, ich werd immer langsamer. Was ist denn mit dem Autos? Das denkst du nur aufgrund des coolen Backgrounds. Ach so, der Pixel-Background hier. Machen wir Foto, finde ich. Ja, du bist wieder hier. Hä? Ist gar nicht... Ich hab dir irgendwie gedacht, das wär immer noch... Zieh rüber jetzt! Los, Alex, mach du was, wenn dieser sich da langweilt. Äh, äh. Ich überhole den Foto, ey. Ich krieg ein schönes Foto, finde ich. Der ist ja kein Foto für mich, wenn der 2er und 3er wäre. Ja, du warst der Erste. Hast du was vor mir? Boah, ist das krass. Ungefähr so ist mein Energiehaushalt, wenn ich aufstehe morgens immer. So wie das Auto fährt. Brumm, brumm. Hey, aus. Oh, oh. Der Anne passt hinten auf, ob er alles seine Ordnung hat. Geil, Anne. Anne, und? Alles okay hinten? Zeig mal. Ja. Boah, Kapitän, wir haben heute ein paar Klassiker-Strecken dabei. Da wirst du dich freuen. Warum sagst du mir das? Wirst du mögen. Okay. So. Ist aber erst ab Rennen 5. Ah ja. Da muss also noch ein bisschen wach bleiben, um das mitzukriegen. Boah, das ist aber echt anstrengend. Das macht er glaube ich nicht. Heute kann es regnen, stürmen oder schneiden. Ungefähr so schnell war das Auto. Oh, 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 oh. Kann ich jetzt mitspielen oder nicht? Nee. Alles gut, du hast dich extra für Halloween angezogen. Du bist noch eine Spectator-Modus-Kapuze. Ja, wie? Komm ich raus? 5 Euro bezahlen. Du musst so einen Code eingeben. Quitt? Nein, du musst nix machen. Nein, du musst nix machen. Okay. Fucking Payor! Das hab ich auch schon mal gemacht. Hä, ich steh da aber nicht! Ich steh da nicht! Oh, hey, du stehst ja echt nicht drin. Ja, aber du quittet, wißt du jetzt? Nein, du musst nichts machen. Was ist mit quitten schon wieder? Quitten! Quitten! Quitten sind voll lecker. So was ähnliches wie Birnen ist das. Da bin ich schon! Das war wirklich auf der Rennbahn, ne? Der Profi-Spieler. 5 Runden. Das ist auf der Rennbahn. Ja, 5 Runden. Auf der Rennbahn. Boah, nee! Oh, nee! Oh, nee! Habe ich dir schon gesagt, dass ich krass bin, Julie? Ja, da! Habe ich dir gesagt, dass ich krass bin, Julie? Du hörst Julie, dass du krass bist? Äh, wir brauchen was, was auch rammen kann, sonst macht das keinen Sinn. Paradise. Paradise? Dann lass mal den Paradise. Paradise! Heißt der einfach unter P, wenn der so heißt. Paradiese! Okay, der Paradise. Da haben alle einen coolen Band. Julie, ich hab den nicht. Doch, den hast du. Doch, das ist so ein Kerl. Warte, der hat ja eine gute Bemalung. Ah, da. Der coole Bemalung. Paradiese heißt der. So ein VW-Bus. Julie! Nee, ich nehme die Kragen. Sehr cool aus. So schön gesungen. Ich bin high. Ist leider untergegangen, der Bote. Verrückt. Laute singen. Ja. Nein. Ja. Vielleicht. Anna hat auch schon einen Fall. Ich bleib heute neutral. Also die Iren-Männer haben Ja gesagt. Da habt ihr schöne Wasserbeschriften. Was ist so ein Scheiß-Männer? Ich hab den High. Also ich hab den High. Ich hab den High. Ich hab den High. Ich hab den High. Noch mal weiter, Blitz. Oh, der hat gebiiert. Oh, der hat gebiiert. Ab wann gibt man... Ach ja, bei Go gibt man hier, guys. Ich war mal bei Mario Kart. Wo gibt man da, gar nicht? Ohne, Mittelfinger. Ich seh's egal. Sala, Auffallunfall. 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 Oh! Auffallunfall. Auffallunfall! Ich hab dich lieber auf mich. Ich kann doch nicht nach links lenken. Böse... Alter, ist der Controller mit zu gehen, ey. Wie Opfers? Geil. Auffallunfall-Unfall. Eine richtige Opfer-Map. Alter, das Ding ist hoch. Items! Items! Ah, die Schäden, Berge! Ihr werdet nur aus Interesse halten! Es war kein Schaden, ey! Items wird da festgehalten! Nein, ich habe zwei Leute geklärt. Ich dachte, einer davon ist Pelden. Pelden war genau der, den ich nicht erwähnte. Oh, die Kurve wird eng! Komm schon, komm schon! Nicht für uns, Timber! Naja, das ist kacke! Ich habe nur einen Windshot! Ja, hier bin ich! Was ist davon los? Es kann immer nicht nach links oder rechts gedreht werden. Ich habe fast den Windshot kaputt gemacht. Ich habe nur einen Windshot. Unfall! Muss und Glück! Muss und Glück! Muss und Glück! Einfachs B-Store! Ich siegne B-Store! Fuckers! Das ist so ein Internet, der versteht leider keiner! Jetzt sind wir vorne, Maju! Da geht's nicht! Wirst du sie holen, Alex! Vorsicht, sie kommen wieder nicht um die Kurve! Danke! Ja, lass doch viel geile Vorhänge da was dir her! Alter, du bist vorsichtig! Mit Liebe, gell, Alex! Alter, das Auto gar nicht richtig lenkt! Nicht so wie die anderen! Du brauchst nämlich mal Heißwagen, ey! Ich bin ein bisschen zärtlicher! Gibt's heute nicht, habe ich gehört! Einer sind getauscht Plätze! Kleiner Rechte! Die kriegen wir doch! Wir haben auch getauscht! Einer ist immer dann rechts, oder ist immer links! Ja, die Innenkurve kommt nicht wieder rum! Alter! Was für ein Speed! Ey, das ist richtig krass! Ich muss nur die Hände aus dem Auto rein! Oh shit, schaffe ich die Kurve? Ganz knapp! Ja! Ey, was ist denn das? Kunran und Dalu hinter uns sind irgendwie auch nicht am aufholen, oder? Die beiden! Wir holen auch vorne auf! Wir finden so ein Tablett zwischen unseren Fans! Ah! Ah, da ist links! Da tauschen wir über die Plätze! Die Seite! Da ändert sich halt nichts bei der Platzgebung! Wir brauchen den Windschatten von denen da vorne! Ich glaub, die beiden da vorne machen das aber auch die ganze Zeit! Ja, die eine ist überliebt, die eine ist überliebt! Der ausgefährt, der kommt dann nach außen! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Aber wir holen auch langsam! Langsam! Ja, wenn das Rennen noch 8 Runden geht, bringe ich uns auf! Ja, wir waren vor 2 Runden, waren noch 11 Sekunden hinter der Spitze, jetzt sind's nur 10! Ah, dem Bremsen hat nur 10 Runden! Alex hat mich weggedrängt! Ich hab sogar gebramst! Die machen Kack da vorne! Der Windschatten reicht jetzt echt nicht, um vorbeizugehen. Ich komm an die Videoten vorbei, der Windschatten reicht echt nicht. Wir haben sie gleich. Ich bin mit Windschatten lang geworden. Ja, weil ich auch nicht. Wir ziehen uns ran. Oh shit, das ist zu schnell mit Windschatten. Das ist zu schnell. Nein, an der Fußenecke. Ja, ich hätte bremsen können, aber. Wollen wir uns drehen? Los geht, Stado, hol sie dir. Das geht gar nicht voran hier. Wie ist das? Wie ist das, wie geht das? Wo ist die Toppedalo? Dahinten? Wir haben kaum wieder ein Videoautor. Lenken zu liegen. Wir haben vorbeizugehen und Lenken. Unser Geistumann. Guck mal, wir sind dabei. Nein, das war ich selbst schon. Ich habe die Kurve nicht geschafft. Nein, nicht mehr Kapuze hin. Das machst du. Geh wieder zurück. Ich bin schneller. Du musst schneller fahren. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Kapuze, du musst schneller fahren. Du bist schneller fahren. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Ja, ist kapuze. Das ist schön. Wenn der Luftgewinstatt reicht weiter von Fein. Wer geht nicht? Die nächste Runde kommt ja an. Das muss man zumachen, Alter. Hätte ich nicht gemacht, Alter. Hallo, Kampf. Du musst ihn drehen. Dreh ihn. Ja, ja. Dreh ihn. Jawoll. Dann wird er mich abgedrängt. Dreh ihn. Dreh ihn. Mittelfinger. Nein. Das war zu früh. Das war zu früh. Nein. Wir haben auch zu früh eingelenkt. Komm, wir müssen aufbremsen. Wir haben überrundet. Ich bin ja nur mit Alter. Macht's weg. Ihr könnt ja euren Kampf da haben. Nur, dass es so eine Regelung ist. Oh, Juli. 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 Los, wir kommen doch ran. Jungs. Good morning. Einen schieben. Nein. Verweilbar. Füßen weg. Alle, wie kommt meine Kurve? Ich fahre an dir vorbei. Was ist los? Ich bin dich aufregend. Oh, die Kurve wird kacke. Jungs. Oh, Überholungsmanöver. Attacke. Alle, jetzt mach doch mal das, was du übermacht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Nein. Nein. Rampeln an. Rampeln an. Da passiert einfach gar nichts bei dem Auto. Alle, du kleiner Stier. Was ist da los dahin? Ich komme mit dem Windschatten auch nicht durch. Hup. Da war eine Füße. Jetzt, jetzt kriege ich den Windschatten. Jetzt musst du wieder raus. Das geht nicht so leicht. Tschüss. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Das ist die Ziellinie. Nein. 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 Wie droht das? Mensch, das ist der Controller. Das ist ein richtiges Gewitter. 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 Auf jeden Fall. Oh, what the hell. Das ist ein super tof, ey. Das Gewitter hat es noch spannender gemacht. Das ist krass. Das war ein hartes Rennen. Das war richtig heftig. Feinhard. Ja. Sind alle super fair gefahren. Nein. Wir haben es versucht. Die Spitze ist gut gefahren. Wow. Er hat kein einziges Wort gesagt. Leute, wenn euch der erste Part gefallen hat von dieser Session, lasst gerne einen Like. Dann schreibt mal ein paar Weißer. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.